Du hast gesagt, dass du zum Berg der Macht gehen würdest? Würdest du nach meinem Jungen suchen, während du dort bist? Tartok hätte seine Arbeit in und blitzel dich an. Wir senden noch andere Gaben zum Berg. Gold, Edelsteine, Gegenstände der Macht, falls sich solche Dinge interessieren. Tartok zwingt Gott und treu ist plötzlich. Ja, ich halte nach Kali Ausschau, wenn ich dort bin. Mein Dank, Fremde. Ich habe keine Veranlassung Hilfe zu erwarten, aber ich nehme sie an, wenn sich die Gelegenheit bietet. Tartok neigt vorsichtig seinen Kopf. Das nächste Mal wird es Nimnok sein, der bezahlt. Tartok kaut auf seine Unterlippe und seufzt, als er zu seiner Hütte geht. So, aber wir sollten auf jeden Fall noch mit Annik reden. Die mit Tattoos übersäte Häuptlingsfrau schaufelt Sand mit den Händen in einen robusten Erdfall. Sie neigt sich nach und bläst hart genug auf den Erdfall, dass der Sand sich im Wind verstreut. Ein Lächel breitet sich auf ihrem Gesicht aus, als eine Brise nach Norden weht. Ich bete eine Entschiedung für die Verfehlung Tartoks, o Großartiger. Ein Geschenk aus Atem und Wind für seine verschwendeten Worte. Sie öffnet ihre Arme und ruft den nördlichen Horizont an. Schließlich staubt sie sich die Hände ab und windet sich dir zu. Was benötigst du, Tundra-Cousin? Oh, sie sieht, dass ich aus dem ewigen Weiß bin. Ja, gucken wir uns erstmal die Tattoos auf ihrem Gesicht an. Von ihrem Kiefer bis in ihr Augebrau zieht sie ein komplexes Labyrinth aus Tinte. Dir wird schon vom näheren Ansehen schwindlig. Annik lächelt, als sie dein Interesse bemerkt. Als ich geboren wurde, sagte die heilige Frau meiner Mutter, dass sie diese Markierungen mir Glück bringen würden. So weit bringen sie nur noch mehr Fragen auf. Aber ist das nicht die Natur des Glaubens? Sie glückt es vor sich her. Was bringt die Enotanik, also Boreale Zwerge, so weit von ihren Heimatufern entfernt hierher? Nur Mut, Tundra-Cousin, sie zeigt ihren Kopf. Die Älteren erzählen meiner Jugend. Die Älteren meiner Jugend haben Geschichten von denjenigen erzählt, dass die das Meer über eine große Landbrücke erquert haben. Jetzt erzähle ich sie meinen Kindern. Die Götter haben uns einen Pfad eröffnet und wir sind vorwärts gestapft, angetrieben vom einlandenden Geflüster, das über den Horizont getragen wird. Sie liegt in Richtung des Berges im Osten, im Norden. Wir sind der Prophezeiung gefolgt, bis wir den mächtigen Nemnok gefunden haben, der uns Sicherheit und eine Zukunft gibt. Sie atmet aus und lächelt. Du und Tartok, ihr habt über Kali gestritten. Kali hat sich dem mächtigen Nemnok in den ertrunkelten Hügelgräbern angeschlossen, gegen die Wünsche seines ungläubigen Vaters. Anik verschenkt die Arme und blickt über deine Schulter. Nemnok lässt Kali große Ehre angedeihen. Nemnok ist der Gott dieser Insel und Patron unseres Stammes. Anik verschränkt ihre Arme vor ihrer Brust. Nemnok verleiht allen Junvik Leben und Sicherheit. Die Hügelgräber mit Opfern zu füttern, bedeutet unseren Wohlstand bei Lehmhütten. Ja, warum nimmt Nemnok deine Stammesbrüder? Sehr freundlich. Es steht mir nicht zu, den Willen eines Gottes zu hinterfragen, noch ist es deine Angelegenheit. Sie holt sich ihre Störung und sich dich wahnend an. Kali war gesegnet, dass er angenommen wurde. Mögen wir alle so schlauend geliebt sein wie er. Du hast vorhin etwas über Nemnoks Abkommen gesagt. Im Austausch für unseren Gehorsam gegenüber Nemnoks Gesetzen garantiert der Mächtige unsere Sicherheit und unser Wohlergehen. Sie legt ihre Hand auf ihr Herz und verbeugt sich in Richtung Norden. Na, hoffentlich nicht. Eines Tages wird das gesamte Todesfeudersabkommen Nemnoks akzeptieren. Zurück zu meinen anderen Fragen. Dann sprich weiter. Sie sollst du und wink dich weiter. Neb wohl. Dann finden wir mal heraus, was dieser Nemnok ist. Oh, das hat er tronkene Hügel gehabt. Das sieht ja schon mal sehr freundlich einladend aus. Ein Berg erhebt sich am neuglichen Horizont. Seine Felswand ähnelt einem verrotteten Schädel. Verrotteten Schädel. Geier kreisen in einem mobilen Kanz um seinen Gipfel. Nach Norden gehen. Als du dich dem Fuß des Berges nähert, halt Trommeln aus dem aufgerissenen Mund und den leeren Augenhöhlen des Schädels. Zu den Augenhöhlen hochklettern. Ressige Steine benötigten genug Stellen für Hände und Füße, um bis hoch an den Rücken der Nase zu klettern. Das wilder Hallen der Trommeln löst den ein oder anderen Stein. Zum linken Auge klettern. Du bahnst ja einen Weg zum Rad der orbitalen Gelenkpfanne. Ein steiner Abhang führt in die Schädelhöhle hinab. Licht funkelt in den Schatten darunter und Stimmen ertönen aus einer sichtbaren Quelle. Man bräuchte das richtige Werkzeug oder einen agilen Schwung, um nach unten zu gelangen. Zurück nach unten klettern. Zum rechten Klettern. Du navigierst das Gesicht des Schädels, bis du wieder zweimal zwischen den Augenhöhlen stehst. Du betrittst den Felsvorsprung von der rechten Augenhöhle. Ein kurzer Sprung nach unten führt in den Schatten der Schädelhöhle. Zum Grund des Schädels. Das Trommeln verheilt in der Ferne. Ich könnte den Mund durchqueren. Geh erstmal weg. Du bahnst ja deinen Weg ohne Probleme. Du gehst deine Spuren zurück und du bedenkst deine Optionen. Okay, ich mache sicherheitshalber hier einen Quick Save. Nach Norden gehen. Den Mund durchqueren. Als du dich dem Fuß des Berges näherst, halten die Trommel aus dem ausgerissenen Wunsch. Der überhängende Kiefer und der obere Raum verdecken den Himmel. Ein Echo von Stimmen ertönt aus der Kehle des Berges und signalisiert, dass du nicht alleine bist. Ja, war das die richtige Entscheidung, direkt reinzugehen? Wahrscheinlich wäre die beste Entscheidung gewesen, durch die Augenhöhle zu gehen, wo ich das Sein gebräucht hätte. Weil jetzt kann es sein, dass ich die gesamte Urgebeute alarmiert habe und alle auf mich zustürmen, auf einmal. Was ich nicht so toll wäre. Das sieht nicht gerade vielversprechend aus. Wer hat ein Level Up? Oh, wir. Athletik mal und überleben. Zwillingsfeier. Der Waldläufer führt einen Fährkampf-Primärgriff durch, bei dem zwei Geschosse gleichzeitig abgeschossen werden. Das war ein Nahkampf, ja. Wenn der... Fingerfertigkeit und Hartnäckigkeit. Plus fünf Gewandtheit. Aha. Nehmen wir das mal. Und weiter. Das ist ein Iotik, kein Urge. Und das sind Hügelgrabwachen. Heilungskette, heilige Einäschung, stehe da eine Ermunterung, Entsagung, nö. Der macht das und du haust einfach die Dioten. In der heiligen Flamme und wir geben ihn noch zur Jagd frei. Äh, Seraphin. Mach mal die da langsamer. Schreiberhexen-Meister, Schreiber-Kolyt, okay. Du, heil's mal. Wenn du kannst. Du, heil's mal. Du, heil's mal selber. Du, heil ist ja. Komm, wir laden mal den Spielstand. Komm, wir laden mal den Spielstand. Augen hochklettern, rechtes Auge, das Auge betreten. Die Räume vom Kohlebecken stimmt aus einer entfernten Ecke der Höhle und verspricht Wärme und Licht. Als du innehältst, um die Umgebung zu betrachten, dröhnt das drückende Trommel in deine Ohren. Was hat Seraphine gesagt? Denke ich, ich habe diesen Ort mal auf einer Karte gesehen. Vielleicht war es aber auch eine Tätowierung. Was sagt das Ding? Ja, genau. Tartok aus dem Jungwinkstange erzählte mir, dass Nemnoks Reich innerhalb des schädelformigen Berges nördlich des Jundvikdorfes sei. Nemnok befindet sich irgendwo in der Tiefe des Berges. Wer mir diese Sache genauer ansehen möchte, behörte das, dass ich bei einem Gotthaus Friedensbruch begehe. Das Volk der Jungwink erzählt sich von Nemnok, einem mysteriösen Gott, dessen Unterschub sich tiefe unter den ertrunkenen Hügelgräber befinden soll. Nemnok erhält von den Stamm Opfergaben zudem einen Jungen namens Kali. Die Verstellung eines neuen Gottes ist besorgniserregend, um es mal gelinder auszudrücken. Wenn Nemnok nicht lediglich ein neuer Aspekt Scans oder Wales ist, der die Welt an der Nase herumführt, Das erfordert diese Angelegenheit Nachforschungen. Okay, komisches Deutsch mal wieder. Au! Doppelt au! Okay.